Der Potsdamer Platz, Zentrum des Filmfestivals Berlinale, einmal im Jahr im Februar, hier mitten in Berlin. Aber ist das alles nur Potsdamer Platz oder steckt nicht viel mehr hinter diesem Festival? Deswegen stehe ich jetzt hier ein bisschen abseits vom Geschehen, vom zentralen Geschehen des Potsdamer Platzes. Man sieht so ein bisschen so, hier kann man ahnen, wo ich bin. Denn hier ist die Bushaltestelle für den Shuttle, so das wollte ich sagen, zur Generation, die nämlich nicht hier am Potzi stattfindet, sondern im Haus der Kulturen der Welt, angeblich von Berlinern auch Schwangere Auster genannt, in Wirklichkeit von allen Nicht-Berlinern Schwangere Auster genannt. Habe ich mir von Berlinern sagen lassen, der ich selber ja auch nicht bin. Aber hier warte ich jetzt auf dem Bus und der fährt mich dann rüber und dann gucken wir uns mal an, was da passiert. Denn die Generation ist eine super interessante Sektion der Berlinale, die hier auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben da. Und jetzt warten wir mal auf dem Bus. Wie früher in der Schule. Ich bin leider viel zu früh und musste noch eine halbe Stunde oder so warten. Und um mir die Zeit zu vertreiben, habe ich mir mal eine Portion Kässpatzen oder Kasspatzen oder Kasspätzle oder sowas geholt. Essen ist ja immer ein guter Zeitvertreib. Also, in dem Fall zumindest. Ich ess mal. Meine Befürchtung ist, wenn ich hier noch länger auf dem Bus warten muss, dann passe ich da gar nicht mehr rein. Naja, Nachtisch muss halt sein, oder? Eben, es ist immer noch nicht da. Mittlerweile warten aber mehrere Leute da und machen unter anderem was. Essen. Und weil mir das zum Mainstream ist, an der Bushaltestelle zu stehen und zu essen, kriege ich erstmal einen kleinen Stück. Von der Bushaltestelle hier rein. Jetzt ist hier endlich ein Bus und jetzt müssen wir kurz warten. Zehn Minuten bis es los geht. Können uns aufwarten und dann sind wir im Haus der Kulturen der Welt. Ich freue mich. So, hier sind wir im Haus der Kulturen der Welt. Hier ist der rote Teppich, weil hier auch regelmäßig Primären stattfinden. Und eine kleine, was ich schön finde, ist immer die Brücke über den roten Teppich. Damit ja nicht jeder über den roten Teppich geht. Aber wohl über die Brücke des roten Teppichs. Das ist immer die Galerie der Filme, die hier im Generationen der Welt laufen. Und die Frage ist natürlich, was ist das überhaupt, Generation, Generation Plus, Generation 14 Plus? Das ist sozusagen das Kinder- und Jugendfilmfestival oder diese Kinder- und Jugendsektion der Berlinale. Das hört sich immer ein bisschen an nach Barbie und der Zauberprinz. Aber das ist natürlich gar nicht, denn wir sprechen ja immerhin von der Berlinale. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich in den letzten Jahren festgestellt habe, dass für mich die Generation mit die bestkuratierte Sektion der Berlinale ist. Oder zumindest die mir mit am besten gefällt. Ich finde Filme, die ich in der Generation gesehen habe, immer super interessant, super spannend, super aufregend. Und das sind nicht immer nur Filme über Kinder- und Jugendprobleme, sondern da geht es viel mehr um gesellschaftliche Strukturen oder Rätsel oder so. Und die werden halt manchmal durch die Augen eines Jugendlichen gesehen. Aber es gibt auch sehr viele andere erzählerische Ansätze. Und wie gesagt, die sind auch oft ausverkauft, oft sind das Schulklassen, was Spaß macht, weil die ein super begeistertes Publikum sind. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Generation zu besuchen, weil die ist tatsächlich super, super aufregend. Da sind tolle Filme. So, die Berlinale ist natürlich nicht nur Business und Filme gucken, sondern ganz wichtig. Und ich glaube, vielleicht sogar der Hauptgrund für viele Leute herzukommen ist natürlich Party. Und ich bin jetzt heute Abend auf meiner ersten offiziellen Berlinale-Party hier im 25 Hours, mitten in der Stadt im Westen in Charlottenburg. Und wunderbare Bar im obersten Stockwerk des Hotels. Es gibt hier irgendwie Balkon, es gibt Musik, es gibt Getränke. Das verspricht doch ein wunderbarer Abend zu werden, oder? Ich gucke einfach mal und wünsche mir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Prost! Das war's hier mit der Shootingstars-Party. Ich und mein Goody Bag, mein Goody Bag und ich, wir gehen jetzt nach Hause, denn morgen ist ja auch noch ein Tag. So ist das hier auf der Berlinale-Party, aber früh wieder aufstehen, denn es wollen ja Filme geguckt werden und die Berlinale entdeckt werden. Insofern verabschiede ich mich mit einem wunderschönen Gute Nacht, der Rotwein war lecker, auf Wiedersehen. Bis morgen, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020